Okay, dann fahr einfach mal. Ich hab nur ein leider aus Reflex einfach mal Gas gegeben. Gas? Gas. Ich... oh nein. Ich bin nicht schnell. Hat er den? Kleine Witzer. Okay, hab ich noch. LOL. Oh mein Gott. Frederik, komm schon, fahr! Also das war impressive. Oh mein Gott. Ach ja. War ich zu schnell? Jo, passiert schon mal, ne? Bei dir. Nice young. Aha. Wir spielen hier gerade übrigens auf. Dem Ranked Challenger... Ich bin glaube ich Challenger 3, Frederik ist Challenger 2. Äh, ich bin, keine Ahnung, Liga 1 oder sowas. Frederik, welche Liga bist du? Haha. Keine Ahnung. Ich glaube 3. Wieder. Och, fuck it. Wir gehen auf jeden Fall schon mal gut. Mehr kann man dazu nicht sagen. Oh Jan, du weißt doch. Wir machen es doch immer am Anfang. Der leicht. Und dann hauen wir sie in die Pfanne. Okay, man sollte vielleicht nicht trinken. Wenn man gerade den Anschluss macht. Wer ne Idee. Wer ne Idee? Wer ne Idee. Hab ich. Komm. Push. Da hast du den schön vorgelegt. Oh ja. Muss man mal dazu sagen. Ohne mich gäbe es das doch nicht. Ja, ohne mich leider auch nicht. Doch, ohne dich gäbe es das. Nee. Schöner Push. Ah, der kommt nicht. Komm. Yo. Ich komme. Go for it. Okay. Ja, ja, ja. Der Typ steht im Weg. Oh, erding blockt. Ich habe mich noch extra weggemacht. Komm. Yes. Nice. Schöner Vorlage. Hab ich doch gesagt. Wir machen Lust. So. What the fuck? Was war das denn? Ich habe gesagt, oh nein, weil ich niesen musste und ich bin beim Anfang. Und dann konnte ich nicht mehr hingucken, was ich gemacht habe. Oh nein. Das war... Oh, 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 oh. Oh, Junge, was machst denn du da? Oh, keine Ahnung, Alter. Let's talk about maybe. Hier hole ich jetzt wieder. Ah. Nicht genug gedreht bekommen. Oh, oh mein Gott. Fuck. Schnell. Ja, du bist wieder witzig, Jan, weißt du? Ich soll jetzt wieder aus deinem Fehler da irgendwas produzieren, was gut ist. Komm, Jan. Ach, fuck. Leider nicht schnell genug. Kann man nix zum Beispiel. Ach, genau. Ja. Mach. Mal vier, Alter. Das ist auch kein Problem. Geh, vor links. Ja. Komm. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht, dass er den geblockt hat, ey. Okay, warte ich, push weiter. Komm, Junge, hast du. Ja, nice. Ja, hat der aber auch gut gemacht. Hat der gut gemacht, muss man aber sagen. Ja. Oh, Mann. Warte, fuck. Das S wird einfach im Text nicht angezeigt von dem. Der heißt ja, Spattestor. Hä? Warte, fuck. Achso, das ist so ein Sonderzeichen, was Rocket League nicht kann. Pets. Pets. Hä? Achso, dieses mit den... Ah, okay. Jan, ich hab ihn... Er hat mich weggepusht. Was soll ich machen? Guckst du dir an? Bin ich halt mal weggeschossen worden. Aber jetzt langsam sollten wir mal wieder... Bisschen was reinhauen. Ah, schade. Immer rechts, Alter. Komm. Oh mein. Ja, halt doch mal die Fresse, Alter. Was hast du denn für eine Kacke da jetzt? Ich bin der Mero. Hallo. Und was ist Jan? Jan muss dich wieder irgendwie... Und der ist drin. Nice. Gut gemacht, Jan. Ja, halt's mal, das war dein Fehler. Richtig. Guck dir mal an. Vier Schüsse, eine Vorlage, zwei Tore. Und du. Halt's mal, Jan. Richtig. Was hab ich denn? Deine zwei Schüsse verlangt. Richtig. Nice, Jan. Hast du richtig gut gemacht ohne mich. Als ob ich da nicht dran war. Oh mein Gott. Aber danke, Mayo. Warum tust du denn nicht an ihm vorbei? Ja, weil ich vielleicht nicht früh genug da war. Warte. Ach. Ich hab immer so fünf Zentimeter. Tja. Tja. Wie sehen. Ja, wow. Weißer. Oh, was zu denn? Ich hatte... Halt mal die Fresse. Der guck's ja an, du stehst da einfach nur. Ich steh da einfach nur. Du stehst 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 da einfach nur. Ja, schafft man das neu an? Ja, klar, schafft man das noch. Ja, natürlich. Der fährt nicht. Und wenn... Ja, ich weiß. Ja, wenn du schon wieder die Chance vergibst, zum zweiten Mal jetzt. Richtig, Jan. Ja. Du bist der Chancenmeister hier. Guck mal. Ja, komm. Kommt nie an. Guck mal, noch nicht mal antizipieren können. Ja, der kommt halt nie an, weißt du. Ja, easy Vorlage. Jan fährt jetzt mal nach Hause. Ja, vielleicht sollte man auch mal was ansprechen. Und nicht nur ablästern. Ja, einfach mal gucken, Alter. Ja. Lustig. Wow. Perfekte Vorlage. Ja, ich weiß. Sollte ja wieder Teamwork hoch 10. Was drüber? Wirklich. Er ist auch hier aufs Tor. Oh ja, da sieht man wieder den Skill in dir. Guck mal, jetzt. Wow, diese Pushkraft, Alter. Ja, ich... Ich kann halt nicht alles allein machen, ne? Ne, dann guck mal jetzt. Komm, mach mal eine Vorlage. Ja, da war sie. Und er verkackt. Oh mein Gott, er verkackt sie wirklich. Ja, und dann verkackt sie wieder. Ja, alles klar. Jetzt geh doch dran! Antizipier. Antizipier. Ja, ich kann mal. Ja, alles klar. Jo, jetzt push doch mal wenigstens noch ein Ehrentor. Ein zusätzliches. Guck mal, hat der ist auch schon für uns gemacht. Dankeschön. Ja, drei Tore in fünf Sekunden. Kein Problem. Ja, easy going. Hard work. Hard life. You like a rock. So, jetzt push mal. Guck mal, jetzt. Der fährt schon wieder nicht. Und er verkackt schon wieder. Ne. Hüschte, Jan. Der ist auch nicht gefahren. Ja, nur der hintere. Ja, push, Jun. Irgendwie ist ein Stein gegen mich. So, ja, 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 ja. Wir haben auch nur 7-4 verloren. Ja. Wir machen noch eine Runde, Jun. Achso, 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 achso. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde geht noch. Eine Runde machen wir noch. Guck mal, was ich da unten stehen habe unter meinem Namen. Boah, krass, endlich bist du auch den Level ab. Ja. Krass, tschiiiisch. Ich bin übrigens Liga 3. Ja, okay. Ja, ich bin Challenger 3 Liga 1. So wie es gesagt hat. So, wo sind die Gegner? Ach, haben wir natürlich kein Dings dran stehen, kein Level. Wahrscheinlich könnte das zu peinlich werden. Wahrscheinlich, Jan. Ich habe es auch nicht drin gehabt, damit man halt einen Überraschungsteinfekt hat. Haha, Überraschung. Mein Ernst. Alter, das war ja auch wieder Schweinesache hier. Ach, Jan, sei leise. Dafür kannst du nicht weiter. Natürlich kannst du das. Siehst du? Scheiße, mein Fehler. Nein, meiner. Ich war nicht da. Genau. Das war ironisch gemeint. Ich weiß. Gut. Ein bisschen zu hoch. Aber so auch eine scheiß Position, um zu fliegen. Nein. Oh nein. Oh nein, fick dich. Ja, hat man halt drauf gewartet, ne? Tja. Oh man. Erstmal wieder ein bisschen upraging, ne? Ja. Alles klar. Alles klar. So, aber jetzt müssen wir auch mal ihr Offensiv-Wat machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, 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 alter. Ja. Scheiße. Der ist zu schnell. Und der andere hat ihn. Nicht. Oder? Nee. Hab ich. nicht. Komm schon, Junge. Komm schon. Nice. Läuft. Ja. Ich wollte ihn halt voll krass nach rechts ablenken, damit er so reingeht, aber da hat er keine Kraft mehr. Na ja, hatten Glück, dass der Typ da noch stand, sonst hätte er auch daneben gekommen. Alles klar. Warte. Ach, fuck, ey. Okay. Okay. Hat er verkackt, glücklicherweise. Und das hab ich verkackt. Nee, ich stüttel dir grad nur rum. Dann machen wir was anderes. Ja, ich bemühe mich. Mir zum Beispiel nicht den Boost wegnehmen. Das war ich nicht, das war der andere Gegner, aber okay. Komm. Ja, jetzt mach ich zu weit weg, ne? Egal, dann führst du den jetzt. Hab ich. Scheiße, den hat der aber wieder. Was macht der denn? Keine Ahnung. Oh oh. Nice. Angriff. Loll. Hier rechts. Ja. In der Mitte. Komm. Ja, der ist. Nice. Fürfte. Jawohl. Nice one. So, sind wir mal wieder back im Biss. Absolut. Ja. Komm, da sagen wir ihm noch wenigstens mal guter Pass. Nicht wollen. So, komm, push. Oh shit. Oh, tschuh. Oh, Jan, alter. Oh, Jan, alter. Ja. Kommt. Der ist. Loj. Alter. Ja, Jan, ist es schwer, weil. Kommt doch. Oh. 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 War ich da? War das gut, dass ich da dran war? Ich weiß es nicht. Warst du nicht dran? Doch, war ich. Hast du doch gehört? Nein. Nein. Hä? Ich habe aber den Dutsch gehört. Nö, von dem. Ist ja egal. Nee. Scheiße, nee. Tisch doch nicht ab, du Kackball. Okay, warte. Scheiße. Okay. Na, den hat er. Warte, ich versuche nochmal. Vorsicht, der kommt jetzt gleich. Ja, scheiße. Hab ich. Komm nochmal, nochmal nochmal. Ja, ja, ja. Oh, der ist drin. Ja. Nice. Ah, läuft doch. 4-2. G2? Hä? 4-2. Hab ich nicht 4-2 gemacht? Ja, du hast es nicht geschrieben. Hä? Ach, Krega. Ach so, 4-2. Ich dachte, ihr habt... Nein, keine Tostkombination. Ja, ihr müsst wissen, ich rede auch gerne mal... Nicht in dem, was rauskommt, sondern zum Beispiel bei... ...3-3 oder 3-2. Also in Tastenkombinationen. Fuck geht, Alter. Ich wollte einfach... ...müssen spielen, aber... ...gern muss spielen. Hab's gesehen. Ja, ich hatte ja auch keinen Boost, Alter. Ich hätte nicht viel machen können. Randa. Scheiße. Oh, den wollte ich schön reinmachen. Oh, scheiße, den hat er. Der kommt gut, der kommt gut. Racket, Alter, ich hätte Rufe. Ja, haben die gut gemacht. Ich hatte keinen Raumgefühl mehr. Kenn ich. Aber haben sie auch gut gemacht. Ja. Kann man gar nichts anderes sagen. Aber davon lassen wir uns auch nicht unterkriegen. Wobei, wir führen ja sowieso. Vorsicht, der kommt wieder. Oh, die warten schon wieder. Voll die Wichser. Ohne Spaß, das ist so läppsch. Als könnte man nichts anderes sagen. Komm, 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 komm. Ja, links, links, links. Lol. Weißt du, er pusht ihn natürlich mal. Fuck, Jan. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, M-Gang. Ja, genau, daran habe ich gerade auch gedacht. Ich pushe. Hade, hade, hade. Oh, es liegt. Okay. Okay, habe ich. What the fuck? Kommst du? Ja, ich bin links. Ah, fuck, zu scharf getroffen. Ah, Mann, Alter. Habe ich. Alter, es gibt's nicht, Alter. Alter, das glaube ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Ich ruck dir bei den Fingern, dann ist es eine Erklärung, Alter. Oh. Alter. Wenn wir das noch verlieren, dann weine ich. Wo fährst du nicht? Alter. Ja, weil mein Finger am Arsch ist, Jan, darum fahre ich. Ja, dann sag das doch. Würde ich gerne, dafür reicht die Zeit, ey. Alles klar. Noch ein Arschbezeit. Ich fahre jetzt. Keine Länge, Alter. Okay. Okay. Kommst du? Ja, ist lecky, Jan, ich kann nicht fahren. Alles klar. Den dürft ihr nicht kriegen. Ja, ist wunderbar. Hast du? Okay. Ja, hab ich, aber... Ja, ich geh im Moment... Ich... Oh, wir haben doch gewonnen, ist doch schön. Ja, man kann nur lachen. Ja. Das war total schön. Ja. So, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, für diese wundervollen zwei Runden und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! 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 ! Ciao!